Irgendwann müsste doch dann der Honig hier laufen. Ja, den Sterner da oben. Mach doch mal raus. Soll ich noch schneller? Ich kann es nur viel schneller. Ah, da kommt sie. Soll ich noch ein bisschen schneller machen? Die ist ja geölt. Ja, die ist geölt. Ja, die ist geölt.